Hallo, mein Name ist Luca und wir reden heute wieder mit dem Akinator, beziehungsweise kann er gar nicht reden. Deswegen suchen wir. Wir fangen an. Wir sind hier natürlich wieder auf der Akinator-Website und ich sehe schon, ich wurde wieder gespielt und Ukuleli wird wieder mal gespielt. Mir wurde erstmal gesagt, dass Ukuleli jetzt auch schon sau oft gespielt wurde, das heißt, wir versuchen jetzt erstmal Ukuleli zu finden. Meine Figur wurde durch YouTube berührt, meine Figur spielt nicht in Waro 2 mit, sie ist kein Mensch, sie hat kein tierisches Aus... Ich, ähm... Besteht deine Figur aus Holz? Ja, kennst du den Nachnamen deiner Figur? Wir brauchen einen Nachnamen für Ukuleli. Was könnte ein Nachname für eine fucking Ukulele sein? Was mache ich mit meinem Finger? Schreibt mal Nachnamen für die in die Kommentare, die irgendwie angemessen klingen, aber ich sage erstmal, ich kenne nicht den Nachnamen. Eingereicht von Ukuleli, ich denke an Ukuleli. Alles klar. Na klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ja. Alles klar. Alles klar. Klar. Das Bild ist auch übelst schön eigentlich, muss ich sagen. Ist gar nicht wo... Äh, die das her haben. Ach, ich hatte das ja hier auf der Ukuleli-Seite mal gepostet. Ukuleli hat übrigens Instagram, das ist mein Account. Ukuleli mit drei I, weil der normale Ukuleli-Account leider schon vergeben ist. Da habe ich dieses Bild gepostet und das haben die dann wahrscheinlich da eingereicht. Gut gemacht, Freunde. Ja, es ist Ukuleli und Ukulele... 125.157 Mal gespielt. Was? Ich schaue jetzt gerade hier mal ganz kurz, wie... Oh, als dritte Frage. Lebt deine Figur in ConCrafters Zimmer? Hat deine Figur große Brüste? Was? Nein, hat sie nicht. Nein, sie ist kein Telefon. Nein, sie backt nicht gerne. Nein, sie spielt nicht Soma. Nein, sie hat nichts mit Deathcourt zu tun. Nein, sie ist nicht bei den Nürnberger Prozessen. Aber nein, sie trägt keinen Vollbart. Ja, sie wohnt mit ConCrafter. Ist deine Figur mit Ukuleli befreundet? Ja, und in deine Figur ist ein Ukulele. Ukuleli? Ja. Junge, was hat... Wer hat dieses Bild eingereicht? Wer hat dieses Bild von mir eingereicht? Das ist nicht schön. Nee. Ja, es stimmt aber und ich wurde auch schon 176.000 Mal gespielt, Alter. Wie crazy ist das? Mir wurde gesagt, dass Sauviel auch einfach hier aus meinem Aufnahmezimmer da eingereicht wurde. Deswegen versuchen wir jetzt einfach mal, meinen Computer zu finden. Nein, mein Computer hat kein Handy. Ja, hell, als zweite Frage kommt schon was von mir. Bald ist einfach so die erste Frage schon. Jo, hat es irgendwas mit ConCrafter zu tun? Ist deine Figur eine Flasche? Nein. Hat deine Figur bei einer Castingshow mitgemacht? Nein. Ist deine Figur eine Puppe? Nein. Ist deine Figur auf einem berühmten Gemälde zu sehen? Nein. Trainiert deine Figur häufig? Hat schon einen ganz guten Bizeps hier. Wohnt deine Figur mit ConCrafter? Ja. Ist deine Figur groß? Wahrscheinlich. Ist deine Figur kantig? Ja. Wurde deine Figur von ConCrafter erfunden? Nein. Ist deine Figur jünger als 10 Jahre? Ja. Passt deine Figur in eine Flasche? Nein. Ist deine Figur erst kürzlich berühmt geworden? Ist eigentlich noch nie berühmt geworden. Nein. Ist deine Figur größer als ein Meter? Nein. Hat deine Figur was mit Elektrizität zu tun? Ja. Ist deine Figur neben ConCrafter? Ja. ConCrafters PC. Junge, wie crazy. PC von ConCrafter. Nur zum Zocken. Da. ConCrafter. Ich bin traurig. Ja, es ist mein PC und mein PC wurde auch schon 32 Mal gespielt. Da haben wirklich Leute nach meinem PC gesucht. Warum? Mal schauen, ob ich mein Handy finde. Wieder als zweite Frage. Lebt deine Figur in ConCrafters Zimmer? Ja, tut sie. Kommt deine Figur aus einem Ukulele-Geschäft? Nein. Ist deine Figur eher humorvoll? Also wenn man sich das Siri-Video anschaut, was ich euch hier mal verlinkt habe, dann würde ich wirklich sagen, mein Handy ist humorvoll. Also klicke ich auf wahrscheinlich. Nein, meine Figur ist keine Flasche. Ja, sie wohnt mit ConCrafter. Sie ist kein Tier. Sie passt... Ich würde sagen, nein. Meine Figur ist nicht groß. Ich kenne nicht den Nachnamen meiner Figur. Sie ist nicht aus Holz. Sie hat keine Augen. Sie kommt nicht aus Berlin. Sie ist sehr klein. ConCrafters Staub? Nein. Ist die Karriere deiner Figur immer noch aktuell? Das Handy eine Karriere? Übrigens meinten viele, als ich diese Hülle mal gezeigt hatte mit dem Smiley drauf. Schleichwerbung, du willst, dass man sich das kauft? Erstens, man kann diese Hülle nicht kaufen, weil ich die nie produzieren werde, weil die Quali einfach scheiße war. Und das habe ich mir wirklich selber designen und so geguckt, wie das aussehen würde. Es sah zwar cool aus, aber ich denke, ich werde keine Handyhüllen davon machen. Oder? Wir sind ja derzeit am neuen Merchandise-Plan mit dem Smiley halt. Und da sind die Sachen derzeit in der Produktion. Allerdings produzieren wir in Italien. Deswegen kostet das wahrscheinlich ein ganz klein bisschen mehr als anderes Merchandise. Aber es ist auf jeden Fall qualitativ hochwertiger. Und wir wollten halt auch so Sachen machen, wie den Smiley teilweise wirklich drauf sticken. Also nicht so Lash-Larry-mäßig, wie jeder das macht, so drauf drucken. Das natürlich auch, weil es bei manchen Stoffen einfach anders nicht geht. Aber wir wollten beispielsweise ein Hoodie machen, ein Pullover machen, wo wir den Smiley quasi drauf sticken. Und wir wollten vielleicht auch eine Mütze machen, wo der Smiley hier vorne drauf kommt. Was haltet ihr davon? Wollt ihr das? Aber wir versuchen mal weiterhin mein Handy zu finden. Nein, die Karriere ist nicht aktuell. Sie hat nichts mit Wäsche zu tun. Sie hat etwas mit Elektrizität zu tun. Arbeitest du mit deiner Figur? Ja, wahrscheinlich. Gehört deine Figur ConCrafter? Ja. Ist deine Figur neben ConCrafter? Ja. Ist deine Figur japanisch? Nein. Hat deine Figur weniger? Warum weiß er denn nicht schon, dass es das Handy ist? Es ist Kleinbrauch Elektrizität und gehört mir. Das kann nur mein Handy sein. Ist deine Figur mit einem Fisch befreundet? Bist du mit Fisch befreundet? Nein, existiert deine Figur? Ja. Ist deine Figur real? Ja. Deine Figur im Betriebssystem? Ja. Ist deine Figur männlich? Ich weiß nicht. Lukas Handy. Handy V ConCrafter. Super. Ihr könnt alle nicht schreiben, oder? Ja, es war mein Handy. Und auch schon 67 Mal gespielt. Da suchen wirklich 67 Leute explizit nach meinem Handy. Warum? An dieser Stelle beende ich jetzt hier dieses Video. Es hat mir mal wieder den Rest gegeben, mit diesem Typen hier zu reden. Wenn ihr Ideen habt, wie ich eventuell diese Akinator-Serie so ein bisschen umfangreicher gestalten könnte. Also wenn ihr denkt, okay Luca, du sollst jetzt in jeder Folge versuchen, was zu finden oder so. Wenn ihr Ideenkonzept habt, dann schreibt es mir in die Kommentare, weil ich ja derzeit immer nur die Gang hier komplett gesucht habe. Du bist erst down mit uns, wenn du high mit uns bist. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Video mit einer positiven Bewertung bewerten werdet. Das kommt nicht in meine Nase.